Genau. Herzlich Willkommen bei GTA Online. Endlich mal alle vereint auf einem Server. Wir wollen heute die Weltherrschaft an uns reißen, so wie jeden Abend. Und... Da wird es nicht viel zu beißen geben, aber ihr könnt es gerne versuchen. Wir buckeln hier jetzt gerade den Berg hoch mit einem Sportwagen, wie sich das gehört für einen guten Amerikaner. Äh... Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, und jetzt? So, gleich haben wir es geschafft. Ja. Ja, ich weiß, wo L und R3 ist. Wo seid denn ihr? Seht ihr mich schon auf der Map? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Was macht ihr da für eine Scheiße? Sonst fahr ich gleich wieder runter, ganz ehrlich. So, ich bin da. Hallo, ihr Homos. Hört ihr meine Hupe? Hallo. Hört ihr euch ja auch mal hier auf Shareplay. Ne, warte mal. Oh, geil. Ich werde jetzt aussteigen. Lass jetzt das Auto ein bisschen abstürzen. Hör auf zu schießen, wenn er auch immer schießt. Ja, ich habe ein Bier getrunken. Das habe ich mir irgendwie geiler vorgestellt. Alter, Sammy. Sammy ist mit runtergefahren. Matze, komm wieder rauf. Guck mal, ich bin Indiana Jones. Darf ich dir an die Brüste fassen? Komm, ich stecke dir meine Waffe ins Arschloch. Dreh dich mal. Ah. Genug Schweine reingemacht. Ja. Ich komme da nicht hoch. Indiana Jones ist nicht so beweglich wie... Ja, hier, komm. Sam. Sammy. Was hast du mit Vormatze? Ich bin da. Stehen hier oben noch Fahrräder? Dann erledigt. Mann, was willst du denn von mir? Boom, Headshot. Kannst du mal in den roten Blättern? Ich glaube es auch. Oh, oh, oh. Nö. Komm raus, du hässliche Eude. Steig aus jetzt. Alter, hör auf auf meine Heels zu schießen. Steig aus. Komm, Matze. Machen wir einen Rollenwettbewerb. Hui. Hui. Ja, ich komme schon. Hui. Komm mal, Matze. Hui. Hallo, einer Zuseher. Wir machen gerade Scheiße bei GTA Online. So. Ah. Ich trau mich nicht. So, ich mach mal einen Snapshot. Das ist glatt geil eigentlich. Dave, trapp an. Geiler Anzug. Ein Bild für die Götter. Okay, eins, zwei, drei. Ich bin tot. Matze, ich hab dich. Ich lebe nicht weh. Ich auch. So, wieder nach oben, oder? Ich lebe. Ich lebe auch. Naja, aber wir müssen ja wieder zum Ausgangspunkt. Ich lebe. Ich bin tot. Jetzt bin ich tot. So, bitte alle in Ego-Perspektive. Das ist nämlich urwitzig. Ach du, meine Güte. Au, au, au. Okay, wir machen doch lieber Third Person. Au, au. Mein Genick. Wo geht's denn darunter? So, weiter geht's. Das ist eine schlaue Frage. Mitten auf dem Berg. Wo geht's denn darunter? Au, au, au. Steh auf, Mann. Der sieht aus wie ein Fisch am Wasser, echt. Ja, Finguin-Style. Oh, ich mach Flickslack. Und doppelt ein Rückwärtssalto. Und 500 Milliarden ist ein Vorwärtsmilliarden pro Salto. Ich glaub schon, ja. Ich bin gleich unten. Fafi ist ein verfickter Freak. Davon alle. Davon fliehen. Yay! Das ist schön, dass wir auf andere Leute fließen. Ach du Kacke. Au, au, au. Nein, ich rutsche. Ich rutsche. Scheiße. Alter, kommt man einmal ins Rutschen, war's das. Mein Außer. Ich will hinter dir. Ich will auch in die Ritze. Nein, da stinkt's und ist braun. Iiiiih. Ja, so braun sieht sie jetzt auch nicht aus. Hey, wir machen doch Wetteln. Ich bin schon beim Los Angeles Castles. Ich bin tot. Oh, Alter. Ich bin tot. Komm, Selection, wir machen das Rennen. Ja, Selection. Selection schon wieder, Alter. Mann. Ich werd das nie lernen. Ich bin Kilometer weit weg von der Ritze, wo ihr drin steckt. Aber riechen kann ich euch trotzdem. Egal. Ich bin unten auf den Bahngleisen. Ich bin gleich beim Holzfällerlager. Verpfiffst dich, Selection. Geh weg. Geh weg, Matze. Ihr seid da unten. Ich sehe euch. Dreht euch mal um. Da kommt ein John angerutscht. Juhu. Ich bin tot. Was für ein Scheißspiel. So, wir versuchen jetzt mal vor die Idioten zu kommen. Ich seh euch. Der ist weg. Ach, du Kacke. Ich mach das Rennen. Der ist nicht mehr da, der zählt nicht mehr. Auf den Schienen ist das Ziel, oder was? Ja. Ja. Ich bin schon ewig unten. Wo ist Fafi? Guck mir jetzt mal einfach mal da hinten an. Ich mach das gerade, ja. Hoffentlich kommt jetzt kein Zug von... Mann, hör auf, Sammy. Ja, dann warte auf mich. Ich bin so allein. Ja, sieh zu. Ich springe auf deine Mutter. Hier im Bahnhof unten. Alter, wie weit bist du gelaufen? Ich bin... Nein, ich renge zu euch. Ich bin irgendwie abgekommen und ja, keine Ahnung. Dann respawned und was weiß ich. Da kommt der Zug. Es kommt ein Zug. Ich weiß es nicht. Mann, der Zug kommt jetzt gleich bei mir vorbei. Ich auch. Ich wollte es gar nicht. John, John, bin ich um. John. Ah, der Zug. Kann man raufspringen? Auf dem Zug. Oh, oh. Oh. Kann man gar nicht. Ich weiß, der Zug. Nein. 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 Auf der Straße. Nein, ich habe den Zug nicht erwischt. Scheiße. Au. Mich hat ein Auto überfahren. Ich verfolge dir den Zug. Mit der Karre. Das hört sich hier gerade irgendwie schwul an. Dass ich dich jeden Tag in der Arbeit sehen muss, reicht schon, Matze. Ey, Leute. Alle in die Karre hier. Ich habe ein schnelles Auto. Alle einsteigen, dann verfolgen wir den Zug. Dann fahren wir weiter vor den Zug und dann springen wir auf die Kontrolle. Ich ruhe einen Heli. Hier, bei mir. Dresen, komm rein, Matze. Ich habe irgendein Glatzköpfchen in das Auto gestohlen. Und er sagte, fucking kucksucker. Danke dafür. Oh, da war ein Stein. Ey, mein Indianerhut ist weg. Ich habe den Zug eingeholt. Klar, jetzt noch GTA 5, Geh mal, Affe. Macht doch Spaß. Wir nooben hier ein bisschen rum. Live zum Nudeln. Ja. Boah, wie geil das aussieht, wie der Genesis hier über mich fliegt. So, hier, wo. Ah. Komm. Ich bin, glaube ich, neben dir, oder? Mein Auto hat schon ein bisschen... Das ist ein mega geiles Spielfest machen. Sammy, der Zug ist ewig weit weg. Den holst du nie mehr ein. Ne. Matze, der Zug ist auch in die andere Richtung gefahren, aber egal. Sammy, stopp. Stehenbleiben, stehenbleiben. Wollen wir verstecken, Spiel? Hier, rein mit dir, komm. Raus damit, du Sau. Alter, der Zug kommt Ewigkeiten nicht. Los. Ne, glaube ich nicht. Der Zug kommt, doch, doch. Der Zug kommt alle drei, vier Minuten. Yeah. Ich möchte mal gucken, wie lange der Tunnel ist. Wo seid ihr bitte? Im Tunnel. Ah, hier. Hier kann man ihn gut blockieren. Ja, ja, gleich. So, hier kann man nämlich, glaube ich, auf die Seite. Genau. Der Helikopter sieht von innen voll feiß aus. Yay. So. Nein. Geil. Ah. Matze, komm hier rauf. Das schaut voll geil aus. Guck dir das mal an. Ur-episch. Voll geil. Vor allem mit dem Arsch. Ah, ja, gute Idee. Alter. Screenshot. Warte, wir kommen zu euch. Screenshot-Moment. Wir kommen zu euch. Nein, das ist mein Hubschrauber. Alter, sieht das geil aus. Krass. Macht er einen Kopfsprung, wenn wir runterspringen? Was meinst? Ah, John. Hier ist die Stelle, wo ich dir den fetten Screenshot geschickt habe. Von der Grafik. Weiß ich nicht. So. Da ist Fafi und Sammy. Von wo? Von wo? Von wo? Ah, da. Jetzt geht's ab. Ey, Fafi. Ja, voll. Guck mal unter uns. Guck mal unter uns. Das Wasser da, ne? Da müssen wir mal mit dem Boot runterfahren, Alter. Nein, ich nicht. Ja, warte. Warte, man zu sehr hat gerade eine... Wie kann man ein Selfie machen? Kamera und dann R3. Das ist ja geil. Matze, schau mal zu mir. Ja, wir sind vor allem einst zu, oder? Hier, genau, liebend. Wie drücke ich ab? Wie kann ich denn das Foto machen? Achso, R2. Ne. A auf X. Alles klar. Geil. Nein, ich bin rausgesprungen. Pass mal auf, wir stellen uns jetzt mal genau so hin. Richtig. Ja, warte. Ja, ja, ich muss mich erst drehen. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich schau grad zu dir. Ja, mach ich grad. Warte mal. So, ich stell mich jetzt einfach hinter dich. Geht so? Besser? So? So. Der Zug! Du, was soll ich denn? Matze, ich will auch eins. Komm her. Ich versuche, den Zugwahrer zu erschießen. Ist das geil. Das mit den Selfies, ist echt witzig. Kommen wir noch ein Stück rüber. Warte, ich muss jetzt mal gucken, wie ich den Mist da wegkrieg. Ja, wie kriegt man den Rahmen wieder weg? Du kannst mit hoch und runter noch Filter und Rahmen machen. Ah, bist du abgestürzt? Dann mach ich mal einfach so eins. Geil. Ja, ich bin gelandet am Zug. Scheiße. Schönstes Bild aller Zeiten. Und der Heli fällt einfach weg. Scheiße. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich einen Fallschirm hab. Ich glaub nicht. Nee. Nein, hab ich nicht. Wo? Warum tut mich jetzt die Polizei ja an? Fickt euch, ihr Perler. Nee, hier ist kein Fallschirm, Matze. Egal, ich fall einfach so, okay? Egal, ich lebe noch. Ich war gerade am Telefonieren. Kannst du rückwärts fahren, nach hinten? Scheiße. Okay, ich bin kurz raus. Ah! Ego-Perspektive beim Tauchen ist ja immer extrem scheiße. Ich bin hier irgendwo in der Stromstelle. Wie kacke das hält. Da oben bist du. Warte, ich mach ein Foto von dir. Ich stell mich hier unten auf die kleine Insel. Ist grad super spannend, oder? Zu sehr, es tut mir leid. Spektulär. Spektulär. Komm, ich mach ein Foto. Warte. Zoomen. Nein, den müssen wir ja rauszoomen, ne? So. Kann ich dir die Fotos auch schicken, eigentlich? Ja. Ah, okay. Wo werden die gespeichert, die Bilder? Nein. Hahaha, wie Puffy einfach runterfällt. Klappt daneben. Ich schau mal nach, ob das hier bei den Screenshots geladen wird. Jawoll. Oder? Seid ihr noch da? Ne. Ne, bist du leider nicht? Spannend zu, mein Lieber. Hallo. Au. Was soll denn das, du Schwuchtel? Alter. Verpiss dich. 50. 50. Ey, 50 Dollar, danke dafür. Ja, so. Schwimmen wir weiter, oder was machen wir? Ja, wenn ich wieder da bin. Ich geh nochmal in die Stromschnellen. Juhu. Hahaha. Spring mal in die Stromschnellen, Matze. So, wir machen hier gerade relativ viel Scheiße. Ich bin jetzt gerade beim Pfaffi. Hallo. Hör auf, mich abzustechen. Hör auf, mich anzugreifen. Hör auf, mich anzugreifen. Alter, lass den. Kack. Ich darf das. Ich bin eine Frau, ich hab keine Waffen. Ich bin Indiana Jones, ich darf das auch. Hallo. Ja, dann halt einmal so die Fresse kurz, bitte. Dann ist deine Püsse. Warte, ich bumse dich von hinten. Oh. Nein, Pfaffi will uns schlagen. Hör auf, mich anzugreifen. Ja, dann hör auf, wozu du schlägt. Ja. Ich schlag dich gar nicht. Ja, vor allem Pfaffi mit seinen durchgeschossenen Klamotten. Wir stehen jetzt alle neben dir. Und auf drei hauen wir ihn auf die Fresse, oder? Du bist so ein dummes Arschloch. Hör auf. Ach komm. Schau mal, wie schön sie dann wegtreibt. Töte ihn. Habe ich. Töte ihn. Töte ihn. Warte, ich nehme da eine Angewaffe. Sorry. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Leute, oder kein Job? Nein. Ich kann gern irgendeinen Job machen. Warte mal, schnell, Job. Ja, machen wir mal einen Job, damit unsere Zuseher auch ein bisschen Action kriegen. Ja. Ja, warte, ich möchte aber noch einmal zu euch fahren. Also noch einmal bei euch. Schnell, mach einen Job! So. Ruff, ruff! Paffi, fotografier dich mal. Jawohl! Es sieht aus, als würdest du kacken. Au, verdammt. Wie machst du die Zeichen? Auf Touchback gedrückt halten, dann beim... Was ist dann? Warte mal, dann geht man runter, runter, runter irgendwie. Wo seid ihr gerade? Und dann kann man die Aktion auswählen. Und zweimal auf R3 und L2. Äh, L3. Also die beiden Sticks zweimal reindrücken in Folge. Was? Entschuldigung. Hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf. Okay. Aua. Ich bin gerade... Nicht wirklich viel. Ich bin gerade hinter Ratzer gestorben. Nein, ich... Ja, ich... Ich mach gerade. Lass mich. Hier. Job wird gerade gehostet. Lied's uns ein, oder wie geht das? Wie geht das? Ah, warte, Mike. Muss erst mal auswählen. Hä? Wo ist Matze? Da ist Matze, glaube ich. Ah, aus aktueller Sitzung. Sie wird eingeladen. Ich hab dich gerettet, Matze. Ich hab doch eh nicht geschossen. What? So. Ja. Ich hab nicht genug Geld dafür. Ja, doof, ne? Was ist denn das für eine Aufgabe? Motorrad-Rundstrecke? Geil. Ist ein Rennen mit Motorrad. Geil. Finde ich gut. Ich hab kein Geld. Yeah. Losentis Rock Radio. So, wahrscheinlich ist das Beste irgendwie so ein... Sun Chess Dingsbums, oder? Ah, gibt's. Nemesis. Nehmen wir die Sun Chess. Ich kann nicht auch... Sun Chess. Nein, ich bin Gabe. Sag ich's. Ich bin irgendwas. Ist mir egal. So. Dann wetten wir mal wieder 35.000 Dollar auf mich. Alter. Bitte lasst mich gewinnen, ich hab ganz viel Geld gewettet. Alter, ist das Ego? Ja, Ego ist die Pflicht. Ja. Weil ich's eingestellt hab. Du Arschloch. Ah, wieso hat Puffy so ein schnelles Moped? Das ist die Sanchez. Weil er's eingestellt hat. Boah, kann man sich hier irgendwie selber töten? So, los geht's. Gar nicht so einfach. Wer ist da vor mir? Fafi, ne? Ich find Ego ist geil. Ich find's geil, Ego deine Mutter zu befriedigen. Ja, find ich auch geil. Puffy, verpisst nicht. Was mit Matze? Bist abgestiegen? Ach, fuck. Puffy. Du musst sehen, wo die Pfeile hinschauen. Ich weiß. So, wir sind Erster, haben 3500 auf uns gewettet. Hoffentlich bleibt das so. Ja, und ich hab auf dich gewettet, du Penner. Aber Puffy hat einen Motorradführerschein, oder? Hm? Hast du nicht einen Motorradführerschein? Jetzt im echten oder in GTA? Im echten. Ja, ja. Haha. Da hat man ja auch einen Führers. Alter, das ist urlangweilig. Ja, geil. Ich verdien's. Ne. Das war ein großer Fehler. Also, ich find das cool. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich fürs Zusehen an alle. Auch auf YouTube, ihr seid die coolsten. Ich hab 294 Sterne. Und keine 300. Ja, voll. Ja, wir machen was anderes dann. Ich will ein anderes Rennen nachher. Er ist gewinnt. Irgendein Jump Rennen wäre geil.